herzlichen willkommen zurück zu wunderbar machte das zusammen mit der boon crew und mit kolchi und wir spielen kontrollzentrum oder will ich was tankiges spielen oder mcg oder zarya ich weiß es nicht was das kontrollzentrum das in der mitte das müsst ihr langsam wissen da ist in der mitte ich spiel den afn wir haben zwei mal usios oder außer du willst unbedingt wieder freund der spielt nicht wieder was los Der hat Hanzo gehabt. Hast du ihn mit Hanzo weggepickt, Kolchi? Nee, der hatte ja erst Hanzo. Ja eben. Das ist schon Hanzo, oder? Nee, der Joey, nee, der ist harder Sniper. So, kann gleich change, ich kann mal aufnehmen. Oh lol, die sind voll gut, Alter. Achtung, Hanzo oben. Doch, die spielen übel zusammen. Nee, wir ja auch. Toll, aber wie sind Nerds? Ja. Dann sollten wir eigentlich gewinnen, wenn wir Nerds sind, oder? Mhm. Achja. Wir haben halt Kulchose Hanzo dabei, da gewinnen wir auf jeden Fall. Braucht hier Leute in der Mitte? Leute sind angekommen. Nice. Leel. Oh oh. Der haben sie alle. Austausch von... Drachen. Lol, bevor ich gerade sagen, wo kommt der aus der Wand? Immerhin haben wir mal das Ding. Oh oh. Da will mich. Die Mercy. Oh, haben die zwei? Die haben zwei Hanzos! WTF! Achtung, schon wieder Jakob Okoraj. Seitdem er wieder gebufft wurde, jetzt ne? Auf dem PTR und jetzt hier live. Wenn wir da alle Nerds haben, so. Die kommen von oben teils. Was? Ich stelle ne Bubble in der Mitte. Und ult. Fuck you, Nuss. Fuck you. Fuck you, Diva. Fuck you. Also, ult. Da oben. Ich ja. Genau, Joey. Geh, geh. Geäutert. Geäutert? Du Sau, du. Ich hab hier rumgeäutert. Ja, hör auf zu äutern. Ist schon wieder der. Sama. Komm. Ich hab ein bisschen blöd gemacht an ihrem Sporn. Ja, ist schön gut. Hat uns wertvolle Sekunden gegeben. Achja. Doch? Ich glaub eher, dass die dadurch, dass die da alles rumgezerrt haben, haben die sich jetzt alle gesammelt. Und jetzt kommen sie alle zusammen und fissen uns. Ich glaub ich hab euch in den Tod geschickt. Tut mir leid. Von oben kommen sie alle von oben. Also hier haben wir. Nice Barriere Zarya. Wer war das? Ach. Deine Widow Freundin. Ach man. Von oben. Oh oh. Oh nein. Achtung. Aufm Platz. Aufm Platz. Sehr schön. Wir bräuchten ja einen Platz Hilfe Leute. Ja. Unbedingt. Ja. Hab die Mercy. Können drehen. Können durchdrehen. Ja. So hinter uns hier. Ah. Ja. Ich hab Gold im Schaden. Ich hol mir einen Kartoffelstick. Ah. Das war so klar. Das war gut von ihnen. Oh oh. Ja. Die heißt der Lindenwanze? Ja. 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 Was auch immer das sein soll. Und 99 Prozent. 99 Prozent. sind das kriegen wir noch er hatte gleich wieder nicht reinlaufen sind jetzt nicht ohne babbel die sarja schmilzt die hat dies dies ort von zehn japan abendsprung activate hinter uns ist irgendwas haben die einen doppelten witz können einen hab ich fliegt man sie fliegt er hat sich gerettet ich glaube die hat sich gerettet da legst du noch einen kartoffelstick oh gott sei dank ich habe sie fast gehabt also ist sie down nein schatz du hast ja gefinisht Zielpunkt gesichert alles wird voll dunkel hier was ist eigentlich los mit dem tag er hört voll auf er hört voll auf dieser scheiß es wird voll nacht hier wer hat die Aufnahme der war der total fail der war der total fail klaus ja das war mein Widerfreund ich nehme dir nicht weg alle streiten sich um den Widerfreund soll ich auf Affe bleiben schon oder ja jetzt sowieso jetzt kannst du rage rage soll ich auf ihrer Brücke rage ja ich will mal vor rushen komm wir rushen mal vor wir können runterschubs ja die sind schon auf dem Platz ja ich hab's auf dir gedacht auf die Heiler die kommt von hinten der Heiler ja ich hab den Luzi ok nice sehr gut stirb doch lord oh man beide der Hanso ist da hinten einer hab ich fast gekriegt aber dann musste ich nachladen nein nachladen ist so scheiße dann stratt sehr gut dann stirbt sie ähm der Hand hat das Snipert von hinten ja ich weiß der Recs hat mich getötet das war die offene Rechnung bitch wo willst du jetzt hin wo willst du jetzt hin Hansho Und jetzt gehe ich auf die Brücke und wir auf sie runter. Ich komme. Knall. Der Plan ist voller aufgegangen, du. A miracle of science. Keiner ist hinten. Warum? Ah, nice, habe ich schon einen, auch wenn es nur ein Assist war. Den komm ich hin, nein, jetzt doch nicht. Ich dachte, jetzt wird es massiv. Muni, hau den weg, hau den weg. Du ihm Böses, sehr schön. Hab schon. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, was der noch am Leben gehabt hat. Das war ein minus fünf Prozent. Die kommen von rechts. Minus fünf direkt. Ja, ich habe den durchgegrillt. Der war fertig, den hättest du essen können. Mit Ketchup und so. Uuuuuh. Hahaha. Nice Muni. Ja, aber es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, aber es hat Zeit gekostet. Also den cycle kostet. Sehr schön, danke. Schild in fünf. Achtung, er kommt in die Mitte. Boah, fuck. Fuck, ich bin auch. Aber ich habe wenigstens den Lungs hier noch mitgelöst. Die Mercy dahinten. Die muss sterben. Nice. Schatz, ich komme und helfe dir an. Nice. Braucht man eine Hilfe gar nicht. Du bist ja strong, independent woman, ne? Du brauchst keine Hilfe von Männer, ne? Ja, der hat auch schon zwei Hansos. Echt? Ja. Mir ist nur der eine aufgefallen. Der Rest. Der hat auch schnell wieder ult. Und ich so, ja, die haben zwei. Das hat man in der letzten Runde schon gesagt. Hüh, du schläfst eigentlich, oder was? Kommt das nicht an in der Schweiz, was die sagen? Nee, nee. Ba-se, ba-se. Lange Leitung. Nee. Lange Leitung in der Schweiz. Entweder man heilt gut, oder man hört zu dem Geplabber. Hohohoho. Ein C-for. Also wenn man dich jetzt nachher nicht abboten kann. Dann ist was los. Alter, was ist denn jetzt hier? Stürmt doch alle mal. Heine Fresse. Muss ich extra ulten? Sterben. Nee, nee. Es ist sterben. Nee, ich habe geultet. Ja, ja. Moonboon hat zwei getötet, guck oben rechts Baby. Guck oben rechts Baby. Easy. Sieg für den Appen. Sieg für den Appen. Sieg für den Appen. Leila. Double Handsome X5 gibt es ab! Aaaaaaah! Oh wer? GG! Oh lol! Und danach wird das schwarze Loch gelegt, so ist es richtig! Sehr schön! Er hat eh geschrieben, ups! Ja, wie hat es? Ja also, Sandy, es dürfen alle trollen, aber du heute nicht, sorry! Das tut mir leid, aber... Du Börn, Alter Börn! Warum nicht? Weil du uns im Stich gelassen hast? Wann? Voll? Ja, kann ich da nichts für... Nee... Okay, an dieser Stelle beenden wir das Video, meine lieben Freunde. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Falls ja, bitte lasst ein Like da, einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal! Drück gefällt mir! Drück gefällt mir! Abonniert den Kanal! Ich bin der Muni, wir sind Boom Crew und wir sind raus! Tschüss! 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 Oh nee! Oh nee, also wenn der Roboter... Haha! Ja... Du musst neu trainen! Train neu, Baby! Huuu! 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 Huuu!